Moin, ich bin Steffen und ich bin langsam in Weihnachtsstimmung. Denn die Zeit des Schenkens beginnt beim Memory PC dieses Jahr besonders früh. Jedes System, was ab sofort bei uns den Laden verlässt, wird mit einer der besten Wärmeleitpasten auf dem Markt ausgestattet. Der Thermal Grizzly Cryonaut. Und on top sind in allen unseren Custom-Wasserkühlungssystemen die Thermal Grizzly Cryo-Sheets standardmäßig verbaut. Eine kurze Theorie-Stunde. Warum brauchen wir Wärmeleitpasten eigentlich? Und zwar verbleiben nach der Produktion von Teilen wie dem Heatspreader oder dem Kühlkörper kleinste Unebenheiten im Metall. Wenn diese Unebenheiten aufeinandergreifen, dann entstehen kleine Luftpolster zwischen dem Wärmeträger, was in dem Fall die CPU ist, und dem Wärmeableiter, was in dem Fall der Kühlkörper ist. Das Problem ist, dass Luft ganz wunderbar isoliert. Wir brauchen also etwas, was die Luft in diesen Unebenheiten ersetzt und im besten Fall besser leitet. Da kommt dann die Wärmeleitpaste oder noch spezieller, solche Wärmeleitpads ins Spiel. Die Thermal Grizzly Cryo-Nord ist für Extrembedingungen ausgelegt und hat deswegen eine besonders gute Wärmeleitfähigkeit und auch eine sehr gute Langzeithaltbarkeit. Das ist nicht nur für High-End-Systeme gut, sondern auch für jedes andere. Die Cryo-Sheets haben darüber hinaus noch den Vorteil, dass sie niemals an Leistungsfähigkeit verlieren werden, weil sie nicht austrocknen. Das heißt, sie sind wartungsfrei und gerade deshalb für unsere Custom-PCs so gut geeignet. Ihr könnt die Cryo-Sheets natürlich auch in all unseren anderen Systemen über den Shop dazu bestellen. Wir arbeiten ständig daran, nur Systeme der besten Qualität an euch rauszuschicken. Und deswegen sind wir extrem froh über diese Kooperation mit Thermal Grizzly. Wenn ihr noch mehr zum Thema Wärmeleitpaste oder Wärmeleitpads wissen möchtet, dann schreibt es einfach in die Kommentare und wir greifen das Ganze in einem weiteren Video nochmal auf. Bis dahin. Ciao.